Hallo zusammen, hier ist wieder euer Cella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in Maldraxxus und zwar finden wir das einmal unter Erkunden und dann Shadowlands. Das Achievement heißt Blutsport und für dieses müssen wir alle sieben Champions im Theater der Schmerzen bezwingen. Hierfür müssen wir nicht in die Instanz rein, sondern wir müssen nach Maldraxxus auf die Koordinaten 50, 51. Hier ist der Eingang und dort bei 50, 46 sind dann die verschiedenen Bosse. Es sind insgesamt sieben Stück, drei von diesen sind immer da. Das ist einmal Asmogal, der befindet sich gerade vor uns. Dann die unbarmherzige Urz, die ist auch immer da. Dann Xanthut, der Verseuchte. Die drei sind quasi jeden Tag dort. Dann haben wir immer noch einen vierten, der random dazukommt. Und zwar haben wir einmal Herrin Dyrax, dann Defomat und Tior. Das sind drei Rares, die auch hier in der Mitte spawnen können. Die sind abhängig von einer täglichen Quest, die man hier hinten kriegt. Und die müsstet ihr auch quasi umhauen können, ohne die Daily Quest anzunehmen. Und die switchen halt täglich. Heißt, wenn ihr das ein paar Tage lang hier gemacht habt, immer die Rare Mobs hier umgehauen habt, beziehungsweise Rare sind sie gar nicht, die Daily Mobs umgehauen habt, dann müsstet ihr relativ schnell die ersten sechs zusammenbekommen. Den letzten, den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Und zwar Sabriel, die Knochenspalterin. Die können wir uns nur holen, indem wir einmal einen Necrolord-Char haben, der den Animal Conductor auf Stufe 3 hochgebastelt hat und dann den Animal Conductor hier auf das Theater der Schmerzen kanalisiert hat. Wenn er das getan hat und hier reinläuft, dann spawnt nach einer Weile, bei mir war es hier hinten in der Ecke, quasi der Rare Mob. Und hier ist es so, dass nicht direkt der Rare angreifbar ist, sondern hier in die Mitte der Arena, wie die anderen Rares auch, diese Kugel quasi reingezogen wird und dann erstmal das Mount von ihm hergerufen wird oder von ihr. Und zwar Dorkrall heißt das, das müssen wir killen und dann steigt Sabriel ab und man kann Sabriel quasi auch töten. Und wenn man sie dann getötet hat, dann hat man auch noch eine Chance auf den Mount. Aber das soll dann jetzt nicht Phase von dem Chief and Guide sein, sondern da werde ich dann nochmal, denke ich, mein eigenes Video machen, sobald ich das mal eigen nennen kann. Auf jeden Fall habe ich es jetzt hier abgehakt. Ich selber bin zwar Necrolord, habe aber den Anime Conductor noch nicht weit genug. Heißt, ihr könnt das auch mit Leachen quasi den Kill, indem ihr irgendwen kennt, der ihn beschwören kann. Oder so wie es bei mir war, ich bin hier zufällig vorbeigelaufen, habe gesehen, dass er da ist und habe ihn mit umgeboxt. Das war jetzt der letzte Rare, der mir hier gefehlt hat. Und dementsprechend auch der letzte Rare für das Abenteurer von Maldraxxus und dann der letzte Rare insgesamt fürs Meta-Achievement. Das ging jetzt ganz gut aus und ja, dementsprechend bin ich jetzt zum Glück fertig. Mir hatten jetzt noch hauptsächlich die Rares gefehlt, die den Anime Conductor auf Stufe 3 in den verschiedenen Zonen vorausgesetzt haben und Sabriel ist eine von diesen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem Video-Guide. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao!